Startposition. Schlägerkopf zeigt nach oben und die Füße zum Netz. Split Step. Spring hoch kurz bevor der Gegner schlägt. Landung auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages. Füße schulterbreit auseinander und die Knie leicht gebeugt. Schritt nach vorne in Richtung Ball. Schlägerkopf unter den anvisierten Treffpunkt bringen. Treffpunkt. Die beidhändige Rückhand aus geschlossener Fußstellung. Rechter Fuß vorne und der linke Fuß ist hinter dem rechten. Endposition. Das Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Oberkörper dreht nach hinten. Schritt nach vorne mit rechts. Die Füße hintereinander. Schritt nach vorne in Richtung. 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 Trainingsaufgabe. Spieler abwechselnd Cross und Longline. Triffst du hintereinander Cross und Longline das Feld? Mach das einen Punkt. Ziel sind 5 Punkte. Und dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal.